Übelst leicht Hä? Wieso? HÄH! Ich bin schon tot! Bist du schon tot? Ach du ziehst hinter dir ne Leine, ich bin direkt hinter dir ges- AHHHHH! Alter! Fuck wenn du zum Beispiel irgendwo... Junge alter! So. Bounce! So Leute, hier sind wir jetzt in Mario Party. Mit dem Ihun. Jaaaa! Und was müssen wir jetzt hier machen? Ja jetzt sind wir gerade hier am Anfangfeld. Du kriegst gleich ein Würfel sozusagen. Unten gehen dann bei dieser Level, das teile dann die Zahlen von 1 bis 6 durch. Und du musst halt an der Stelle klicken. An irgendeiner. Wenn du halt dumm klickst, dann bist du da. 4? Ich hab ne 6, Alter! Was? Jaaaa! Ich hab ne 4! Juhu! Jetzt wurde ich hier so richtig hoch geschlossen. Das ist so geil! Wo bist du? Oh, hier sind richtig viele auf dem 4er Feld. Leute, geht mal hier runter. Auf dem 6er? Du bist im 6er Feld, oder? Ich seh dich! Echt? Ja, da hinten bist du. Oh, du bist so ein Wichser, Mann! Und wir müssen uns da hoch würfeln. Und jetzt kommt gleich welches Game? Wie lange muss man denn jetzt hier warten? Es wird gespielt. Woolblock. Oh nein! Was? Das ist einfach mega schrecklich. Kennst du's? Das ist doch das, was wir... Ja, ja, das ist das, wo man hier... Oh ne, wie klein sind denn die Felder hier? Ja, richtig geil, Mann! Alter, was? Welche Rollenart bin ich? Kein rot? Achso! Ja! Na ja, okay, am Anfang ist jetzt noch nichts so schwierig. Alter! Jetzt werd ich wahrscheinlich... Ja, jetzt sind alle rot, oder was? Ah, ne. Alter, ist am Anfang ja noch übelst leicht. Hä? Wieso? Bist du tot? Hä? Ich bin tot, ja. Es hat gebuckt und dann war ich unten. Alter, was für ne Verarschung! Ernsthaft? Du bist ja sauscheiße, Mann! Ich bin auch tot. Hä? Das ging ja übelst schnell dann vorbei. Ja, aber der Bug, Alter. Wir haben jetzt gebuckt und ich war plötzlich unten. Na geil! Jetzt müssen wir auch noch warten, bis die alle fertig sind. Alter, wie viele Hühner hier oben rumfliegen. Alter! Boah, das ist übelst verwührend, diese ganzen Farben. Mhm. Ich krieg jetzt einfach so Hypnose, Alter. Boah, da haben jetzt aber viele verkackt, Alter. Die letzten zwei noch. Ah! Ah! Okay, ich war irgendwie ungefähr letzter. So. Ich mach jetzt mal am besten gleich noch ne 6. Äh. Oh Gott, nein. Ich hab die ganze Zeit auf dem Gras geschlagen. 2! Ich hab direkt bei der 1 gewürfelt, weil ich durchgehend auf dem Gras rumgeschlagen hab. Ich glaub 2, Alter. Alter Junge, das war richtiger Fail. Ich hab die ganze Zeit durchgehend so rumgehackt, wie man's halt macht. Wie ist ein Kompass-Spieler? Boah, bin ich dumm. Bin ich irgendwie letzter oder so? Auf welchem Feld bist du? Ich bin auf 7. Ich bin auf 8. Junge, ich hab ne 2 gewürfelt. Ich hab ne 1 gewürfelt. Ich hab ne 1 gewürfelt. Oh, ich hab ne 2 gewürfelt. Alter, was ist das da hinten für ein Huhn? Wo? Das grüne-orangene Ding da. Jaaaa! Alter, was ist hier? Was ist hier? Jump'n'Run. Achso. Geil. Jetzt sind die Leute unsichtbar und so halb, damit man nicht komplett ausrastet. Wow, nein! Nein! Direkt im gleichen Moment verkackt. Wow. Vor mir hat grad jemand den ersten Sprung nicht hin. Oh, ich muss schon wieder runter, Alter. Noch 105 Sekunden. Was? Wieso so lange? Ja, du musst... Nein! Muss man's schaffen, oder was? Ja, natürlich. Du musst hinten zu diesem Mario und dann auf seine Nase. Ja, das schaffe ich ja nie, Alter. Alter! Ist ob! Ja, ich hab verkackt. Ich bin letzter. So, jetzt schlage ich nicht auf Gras rum. Das war ein bisschen dumm. Ja, wie ne vier. Ja, wie ne vier. Ich hab' ne vier. Zwei mal hintereinander ne Eins gewürfelt. Jetzt bin ich hier auf Feld elf. Ich bin auf neun, Alter. Ja, super. Ich seh' dich da unten. Alter, wie bin ich... Jetzt hab' ich nicht mal extra... Alter, fällt einer aus Memel runter. Geil. Alter, der hat wohl ein bisschen schlechten Ping, ne? Ja, Alter. Was? Versuch so lange wie möglich auf der Plattform zu stehen. Ja, wie denn... Achso, TNT-Run ist das. Ich find' das aber cool mit... So was find' ich immer richtig scheiß. Das weiß' das kann ich gar nicht, Alter. Da explodiert dann einfach was oder was. Keine Ahnung, ich weiß' das grad auch nicht mehr. S Ja, ist auch des Magic Levels gegangen bist. Bist du schon tot? Ach, du ziehst hinter dir ne Leine. Ich bin direkt hinter dir ge... Alter, sag mir das doch mal jemand. Weißt du, ich weiß' nicht, was das ist. Ren' hinter dir her, und jetzt hinter einem schwinden die Blöcke. Dann bin ich direkt am Anfang tot. Nein, wieso' halt auf zu sprinten? Der Wichskopf. Alter. Scheiße, ich hab's verkackt. Nein, jawoll. Läuft noch. Boah, Junge. Das war richtig dumm von mir. Wow. Scheiße, okay, ich hab's verkackt. Nee, hast du nicht. Da kannst du noch hier ausweichen. Oh, oh. Oh, jawoll. Meine Nase juckt. Ja. Ah, scheiße, nein. Oh, ja. Er hört einfach auf zu springen. Oh, ey, das war übel knapp. Du standest schon auf deinem TNT-Block drauf. Nein, ach man. Oh, du bist aber Zweiter. Jetzt hast du einen extra Würfel, der irgendwie bis vier würfeln kann oder so. Ey, wie? Das ist ja sauscheiße. Das ist saugeil, du hast jetzt zwei Würfel und du kannst insgesamt jetzt eine Zehn würfeln, wenn du Glück hast. Ich brenne. Fünf. Nice. Ich hab auch eine Fünf und jetzt hast du nochmal. Nö, bei mir ist nichts. Echt nicht? Doch. Vier. Ja, ich hab elf. Nein, nein, neun. Eile. Alter, ich kann nicht rechnen. Fällt 14. Kannst du auch mal ein anderes Spiel kommen, bitte? Es gibt auch eins, da musst du den Berg hochklettern. Und die anderen Leute runterhauen, wer als erstes da oben ist, hat halt gewonnen. Oh nein. Das Spiel ist auch scheiße. Oh ne, das kenn ich. Ja. Das ist so mega da direkt. Das kann ich gar nicht, Alter. Vor allem, auch wenn man anhält, wird man einfach zurückgepackt. Hä? Hä? Was für ein Cheater, Alter. Alter, wie viele zurückgepackt wurden. Äh, ernsthaft? Das war jetzt ja mal nicht so schwierig. Äh, das war der, der über den Zaun rüber gesprungen ist. Alter, was für ein Cheater, Alter. Boah, Junge, Alter. Das macht ein Hecker. Er hat einfach nur einen Jump'n'Run gemacht, Alter. Boah, Leute, Alter. Ich kann sie ja auslassen. Drei. Fünf schon wieder. Oh je. So, jetzt bin ich auf Feld. Hä? Ah, Feld 19. Ich bin 23. Ich bin als Einziger hier. Schön. Das freut mich jetzt aber. Ich bin hier mit so 100 Leuten auf nem Feld. Man kann da drüber springen. Echt, da heulen alle so mega rum. Zeig mal. Wettrennen, das geht doch mal. Oh, ne, hä? Die Schwammblöcke. Oh, das ist richtig geil. Was für Schwammblöcke? Das ist so, du musst halt ne Strecke entlang rennen. Und, ähm, ja, du musst halt als erster da sein, ne? Und die Schwammblöcke, die machen dir einen Springboost, glaub ich, oder sowas. Damit du auch über Sachen drüber kommst. Alter, ich hatte nen saugeilen Shooter. Oh, ich bin ins Spinnennetz reingelaufen. Alter, wie der Stress mit diesen ganzen unsichtbaren Fixern. Ja, besser als wenn sie sich... Oh, ich bin schon wieder ins Spinnennetz reingelaufen. Hä? Man sieht die auch überhaupt nicht auf dem Sand. Ich hab den ersten Checkpoint erreicht, schön. Loll, wo bist du denn schon? Hä, ich bin richtig weit hinten. Hä, ich bin noch kein einziges Mal runtergesprungen. Ja, ich auch nicht, aber... Oh, schon wieder ein Spinnennetz, Alter! Oh, und dann hört er auf zu sprinten, der Windkopf. Mann, ich bin jetzt schon in drei Spinnennetz reingelaufen. Oh, nein, ich auch. Also in eins. Mann, wieso sind die so viel schneller als ich? Oh, ich bin irgendwie Dritter oder so. Oh, hier war Seelensand, Alter. Hier sind Hühner. Oh, Junge, Alter. Alter, ich hab' verschissen. Oha! Nein, mich hat jemand überholt! Es hat einfach in der Luft aufgehört zu sprinten. Willst du mich eigentlich ver- hä? Es hat? Äh, er. Oh, Mann, wann ist denn das vorbei? Ich bin bei Checkpoint 5 jetzt. Nein! Schon wieder der? Wahrscheinlich wieder... Ich war bis gerade eben Dritter und dann verkack ich's noch, Alter. Du hast wahrscheinlich wieder am Anfang über den Top... Alter, ich bin zwei Felder vorm Start runtergeflogen. Vorm Ende, mein ich. Geil. Eins! Ei! Ich hab' einfach ne Drei gewürfelt. Ich hab' ne Eins! Geil! Ne Eins! Ich hatte zweimal hintereinander ne Eins! Ne Eins hab' ich, geil! Ich bin auf Feld 22 jetzt. Ich bin auf 24. Geil, ich hab' ne Eins! Geil, ich hab' ne Eins! Warte, wo bin ich? Ich bin irgendwo ganz weit hinten. Ne, ich bin mittelmaß. So, jetzt wird das Kompass ein richtiger Dreck. Fang das Huhn oder sowas. Bitte was? Fang das Huhn spielen wir jetzt. Ne, mehr? Ne, keine Ahnung. Es wird gehühlt. Minenfeld. Das sind ja die alten Spiele von Mario Party. Ja, es gibt aber auch noch neue. Die haben wir nur noch nicht mit. Wahrscheinlich spielen wir die jetzt gar nicht. Ah, das ist aber geil. Jetzt springt der Typ ja der eine wieder über den Zaun. Ja, ja. Und los. Achso, es geht schon los. Ey. Tod. Nein, ich auch. War irgendwie grad ziemlich schlecht. Ah. Ich bin übelst aufgestoßen. Alter, ich bin grad übelst scheiße. Ich bin drei Mal. Boah. Zum vierten Mal jetzt. Nein, ich bin letzter jetzt. Ich auch. Doch, ich war komplett letzter. Bitte. Oh, Junge. Mann. Ich bin richtig schlecht. Alter, der dritte hatte 56 Blöcke Distanz zum Ziel. Ey, wie viele hatte ich dann? 1000 oder so? Zwei. Zwei ich auch. Oh, das gibt's nicht. Nee, Alter. Nee, nee. Wird nicht sein, oder? Hey, 26. Naja, ich bin immer noch 25. Ich bin immer noch 25. Super. Jetzt dürfen wir immer die gleich sein. Ich bin nicht letzter. Aber bleibende Felder. Ich bin richtig cool, Alter. Alter, das ist mal zu Bock. Der erste ist schon auf Feld... 48. Wie? Doppelt so weit. Dann game. Naja, das... Oh, das ist cool. Leitflash, oh nee. Das ist richtig cool. Äh, nichts schreiben. Muss man dann einfach töten, ne? Jaja, und deine Waffen rüsten sich pro Kill einfach auf. Das ist einfach mega, das Schnetzelspiel. Wow! Jetzt schnitzelt! Ich bin, glaub ich, direkt tot an. Jawohl, ich hab schon die Schaufel. Ich auch, aber ich probiert. Ich hab Diaschwert, Alter. Nee, deine Ernste. Jetzt hab ich wieder nur noch die Schaufel. Oh, ich find keine Leute. Bam! Abstaubt. Ja, ich hab's Diaschwert. Hier hat jemand, der hat halt so den euch gekillt. So, jetzt mit der Schaufel. Oh, jetzt hab ich wieder nur noch ne Schaufel. Oh, mehr! Jetzt hab ich ne Eisenschaufel oder so was? Das Spiel ist, das Spiel ist genau, das ist genau mein Spiel. Oh, Junge, lass mich doch! Alter, wie wir hier in so nem Kreis rumrennen. Oh, jetzt hab ich nur noch... Alter, ich krieg irgendwie... Hä? Ich hab sauviele Leute getötet und... Hab nur die Schaufel bei... Weiß, ob es jetzt schon wieder vorbei ist! Bar while. Boah, Junge, Alter. Ich hatte zwischendurch schon öfters das Diaschwert. Ich nicht, ich hatte... Ich würfel jetzt wieder ne Eins oder so was. Weißt du, das war ne Schaufel, Alter. Sechs! Drei! Leitflasch ist auch so ne lustige, Alter. So, und wo bist du jetzt? Ich bin jetzt auf Feld 32. Oh, halt doch die Schnauze, Mann. Ich bin auf Feld 27. Ich find's eigentlich blöd, dass man keine Minuszahlen würfeln kann. Aber es gibt auch Felder, wenn du da drauf kommst, du wirst wieder drei Felder zurückgesetzt. So ein Bowser-Felder jetzt heißen. Er führt Gefühlen. Freier Fallsspring. Oh, nein. Das Wasserloch. Versuch, das Loch zu treffen. Ja, also wirst du dauernd zurückgebackt, wenn du zum Beispiel irgendwo... Junge, Alter. Achso. Oh. Ja, es gibt hier wahrscheinlich Leute, die wissen, wo das Wasserloch ist. Ja, ich weiß auch, wo es ist, aber man kommt da nie hin. Wahrscheinlich ist das Wasserloch jetzt hinter dem Staat. Du musst hier gar nicht runter springen. Hä? Ich hab's geschafft. Nice. Direkt geschafft, Alter. Ja, das ist hier halt richtig scheiße. Das hab ich noch nie hinbekommen, hier diese... Ja auch nicht. Vor allem am Anfang, wenn du dann... Ich weiß, wo man lang muss. Hab's geschafft! Nicht dein Ernst. Doch, ich hab's echt geschafft. Oh, jetzt muss man hier so eine komische Map runterfallen, die auf dem Kopf steht, sozusagen. Ja, ich hab's auch geschafft. Boah, wie hier ist richtig kacke. Die ist geil, Alter. Ja, ich krieg die nicht hin. Boah. Hä? Hä? Als ob. Wie? Wieso? Junge, ey. Ich war saugut und trotzdem... Was zum Hingeln? Hey, ich war mit welchem... Woher weiß man denn, welcher Platz man jetzt war? Gar nicht, ne? Schon wieder eine 6! Schon wieder eine 6! Geil! Ich hab viel als dumm aufm Gras rumgehauen. Geil! 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 Das hab ich jetzt schon drei Mal gemacht und jetzt... Ich bin mit Eisröhre 1 aufm Graschen... Ich bin... Kennst du dieses Eis... Eis... Tonne? Nee. Von Permeter, sag'l? Nee. So geil, ich muss dir mal angucken! Ich bin ein vorletzter Alter. Echt? Geil. Oh nein! Es geht darum. Nein! Oh nein, das ist... Das geht ja nicht. Doch, das geht. Du kannst ja nicht hochlaufen ohne, dass dich irgendjemand die ganze Zeit herunter scheißt. geht ja nicht geht er zum glück auch noch nicht los ist ja unmöglich ist nicht unmöglich ich lag dich jetzt mal direkt aber nicht runter ich habe gar keinen stock man ja auch nicht ich dachte man hat einen stock vielleicht hat man auch einfach das ist ja noch schlimmer ich habe komplett runtergefallen wenn man dann aber lasst mich doch einfach hier hoch mann auf einer stufel holen sich einfach alle hier sind 100 leute oder so ich bin schon wieder ganz runter ich bin schon wieder ganz und tag bei mir ist nicht weiter junge ich war und zweimal komplett nach unten geschlagen ja ich bin jetzt ich bin jetzt vielleicht 38 2 jungen er ist jetzt los was denn noch mal zwei geil ich bin weil es das denn ich habe du sie würfel ja der bis zwei wenn du dritter bist bis zwei wenn du ein viertel er ist saugehin ja es ist 33 ich bin 42 ich hole dich jetzt noch einen jungen los Wo bist du? Ja, hinter dir. Ich renne jetzt einfach die ganze Zeit rum, das ist die beste Taktik. Ja, ist echt so. Wie sie versuchen sich selber einzugraben. Ich campe. Ich hab manchmal bekommen Schneebälle, das ist cool. Hä? Bist du hinter mir? Ähm, ja. Ich weiß selber nicht wo ich bin. Ich lauf einfach nur rum. Nicht aufhören zu sprinten. Ich bin direkt hinter dir. Ich probier die ganze Zeit nicht rum zu hauen. Du läufst irgendwann noch in dein eigenes Loch eigentlich. Ja, ich glaub auch. Boah. Alter, wer baut da hinter mir ab? Ich. Ich bin die ganze Zeit... ...versuch dich runter... ...dich splattern und wirf mir... ...Knebel ins Maul. Dass ich noch lebe, Alter. Tja, das ist echt ne Wunder bei mir auch. Ich bin schon tausendmal fast runtergefallen. Ich fall gleich runter, ich seh's kommen, Alter. Alter, das ist ja Sch without Ne clue. Hinter mir ist jemand... ...hier blud-l... ...hier blud-l tudo, he blud-l última, hier blud-l enhan... Naaain! Oh Mann! Auch das war? Das war so scheiße. Ich spring ja, wenn so n dreckiges Loch rein ist. Falt bitte runter. Neein... Wieso? ich bin ich bin ich bin ich auch nicht ich würde es gerade auf das grüne ich hab doch angehalten ich bin auch nur vierter und nicht dritter das ist mir auch so dass der Schnee jetzt nicht einstürzt alter also diese andere Andreas Laretz der ist ja mega gut er schreibt einfach mal Junge 6 als ob verzieh dich ein ich bin jetzt fällt 39 ich bin 46 wie wild ist es eigentlich ich hole dich ja nie ein alter alter draußen pisst schon seit drei jahren ungefähr Alter ich bin richtig weit hinten schau dir mal meinen Platz alter nee lieber nicht ich bin drittletzter immer noch doodlet oh nein das ist richtig scheiße Alter irgendwann ich glaube Ende Oktober kommt ja GTA für den PC raus gtf5 ja das hole ich mir ich hoffe es mir auch alter das wird richtig geil aber ich habe auch richtig aber ich habe auch richtig die gelben Felder und darauf hast du schon jump boost hä hier sind keine gelben Felder natürlich die gelben lehmblöcke Alter ich krieg's nicht gemacht ich bin gegen die ich spring da und gegen die Decke und hier sind hier kann auch noch items einsammeln wie cool ist das denn alter jetzt bin ich relativ weit oben ach so nein nein oh verarsch mich das ist so ein richtiges Huhnspiel Alter wie weit bin ich runter Alter wie weit bin ich runter ich bin komplett nach oben ja geil geil alter geil nein ich auch scheiße weit oben nein guck mal wie scheiße immer ich flieg ganz nach unten und eine Sekunde nach ist das Spiel vorbei oh Junge alter alter Junge oh schon wieder 4 5 alter fick dich mal ich hol dich nur rein ich sag's dir dann zieh dich doch jetzt 44 bin ich jetzt na ich bin 50 das ist ja noch ein ordentlicher Vorsprung ich wirfst du ne 1 und ich ne 7 und dann hab ich dich schon eingeholt ich war ne 7 ja ich muss halt dritter werden ja locker Eisröhre 1 ist mein oh nein ich bin auf dem Feld dass mich 3 zurück ich bin nicht mit 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 alter 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 ich wollte hier so ein Spieler schlagen weil der grüne Rüstung anhatte ging aber irgendwie nicht ich lauf einfach durch und schlag um mich ich bin nicht mit du bist gerade erster alter als Abo doch guck doch rechts ich seh rechts nix ich bin dritter ja grad eben warst du auf jeden Fall erster hallo ich seh es sind mehr Spieler als Monster das kann nicht sein doch das ist aber so du musst dich hier ein bisschen um die Monster schlagen ja hallo hallo 15 Sekunden ich bin gerade dritter gewesen ganz kurz hä bei mir war es grad ultra ganz kurz ultra gelägt jetzt schon wieder deswegen bin ich auch gleich tot es hat grad ultra hart gelägt ich schau einfach nur auf meine Maus ich bin dritter ja ja ich noch kurz dritter aber davor war schon wieder zu Ende geil hä was ist denn das für ne Scheiße alter geil Eisröhre was geht vier zwei ja ich hol dich noch einen hä hm hallo was ist denn ich hab zwei meine zwei gewürfelt alter was ist denn das hä ich hab zwei Würfel und Würfel vier ja insgesamt hättest du auch ne 8 Würfel können oh nein ich war nicht alter ich will gar nicht wissen welcher Platz ich war alter du warst richtig gut ich war zweit letzter oder letzter weil ich auf diesem Traum gelandet bin ja super alter wir sind jetzt gerade am Ende der Karte sozusagen so cool oh ich bin grad den ganzen Berg unter ok leute das war's von internal exception java EYX ja aber bei mir auch gerade hä ne Verbindung wurde mit dem Remote Host geschlossen ok dann war's das mit der Runde und wir sehen uns im nächsten Video bis dann tschüss ja tschüss ja m dschüss dschüss